Hallo, ich bin der Leo, ich bin 17 Jahre alt und ich mache beim Fronius auch Lehre zum Elektrotechniker, Anlagen- und Betriebstechniker und ich bin im ersten Lehrjahr. Momentan bin ich in der Fertigung tätig. Ich bin mit meinem Kollegen eigentlich dafür zuständig, dass die ganzen Anlagen gewartet werden. Und da gibt es immer recht viel zum tun. Also Fahrt wird uns nie, es ist viel Abwechslung. Man muss da mit dem Kopf voll dabei sein, dass man nicht irgendeinen Fehler macht, weil sonst steht halt die Fertigung und das ist schlecht. Das kostet gut. Ich bin der Karoch, auch Karo genannt und ich bin hier im zweiten Lehrjahr als Elektro- und Anlagentechniker. Du hast viel mit Anlagen zu tun, Wartungen, schaust dir die ganzen Anlagen an. Jetzt gerade bin ich in der Metallgrundausbildung, weil das auch ein Teil von der Arbeit ist. Sägen, Pfeilen, Bohren, Drehen, Senken, also alles was da jetzt dazugehört. Andererseits baust du viele Anlagen zusammen, zum Beispiel in der Prozestechnik war ich. Da haben wir die ganzen Linien, die Fronius gerade neu hat, aufgebaut. Die neuen GM4, die haben wir alle aufgebaut. Also ich finde es auch extrem cool. Soweit die Arbeit passt voll, als auch wenn du mal Freien nehmen willst, ist auch alles dabei. Wir haben ein sehr gutes Betriebsrestaurant in Fronius. Meine Freien sind neidisch auf das, was ich zum Essen kriege beim Fronius. Ja, meistens zeige ich dann ein Foto her, weil ich schon fotografiert habe. Dann glauben sie mir, das ist endgültig. Schong, jetzt glaube ich, es ist immer wieder ein Foto. Wir sehen uns im Hintergrund. Wir sehen uns im Hintergrund. Untertitelung des ZDF, 2020